Die Welt der Navigationsprogramme und Geräte ist fast unüberschaubar. Über einen Namen stolpert man beinahe unvermeidlich. Das ist Garmin. Der Hersteller von Straßen-Navis, Outdoor-Navis, Marinen-Navigationsgeräten und anderem liefert eine sehr interessante Softwarelösung frei Haus, nämlich Garmin Basecamp. Diese Software hat ein großes Einsatzspektrum. Was du alles mit ihr machen kannst, erfährst du gleich von mir. Hey, ich bin Thomas von Harzer Bergwald. In meinem Kanal dreht sich alles um Navigation für unterwegs und ums Draußensein. Ich möchte dir heute Garmins Basecamp vorstellen, denn bei dieser kostenlosen Software handelt es sich um ein wahres Multitalent. Basecamp kannst du direkt bei Garmin auf der Webseite kostenlos runterladen. Garmin Basecamp ist für Windows und für Mac erhältlich. Folge einfach dem Download-Link. Unter der Beschreibung meines Videos verlinke ich dir den Weg zum Download auch noch einmal. Um Garmin Basecamp nutzen zu können, musst du aber nicht unbedingt im Besitz eines der Garmin-Geräte sein. Ich möchte dir einmal ein paar Beispiele zur Nutzung von Basecamp zeigen. Schnell noch ein Hinweis in eigener Sache. Du kannst den Harzer Bergwald-Kanal abonnieren. Das geht hier ganz einfach über den Button unter dem Video. Und wenn du dann die Glocke aktivierst, bekommst du zu jedem Video, was ich herausbringe, sofort eine Information und bist immer auf dem neuesten Stand. Basecamp kann, wenn du es denn installiert hast, als deine Bibliothek für alle deine Tracks und geplanten Touren fungieren. Über ein konfigurierbares Ordnersystem, so wie du es auch von deinem PC kennst, legst du dir Ablageorte für deine Tracks und Wegpunkte an. Du kannst Tracks, geplante Touren oder Listen von Wegpunkten nach Garmin Basecamp importieren, diese exportieren oder diese von oder auf deine Garmin-Geräte übertragen. Basecamp unterstützt gängige Formate wie zum Beispiel GPX oder KML und auch noch andere Dateiformate. In der Grundversion liefert dir Garmin Basecamp eine wenig detaillierte Karte, die vor allem zur groben Orientierung und Anzeige dient. Routenplanung solltest du auf anderen Karten vornehmen. Du kannst weitere Karten installieren. Auf der Webseite von Garmin kannst du Karten kaufen, die du dann nach dem Download auf einem deiner Geräte installieren kannst. Es gibt auch viele Quellen für kostenlose Karten mit unterschiedlicher Qualität und für unterschiedliche Einsatzzwecke kreiert. Wenn du dein Garmin-Gerät anschließt, wird die auf dem Gerät installierte Karte ausgelesen und kann ebenfalls in Basecamp dargestellt werden. Der Detailgrad jeder Karte kann in sieben Stufen angepasst werden. So kann Basecamp auch auf Rechner mit weniger Rechenleistung genutzt werden. Stellst du einen hohen Detailgrad für eine Karte ein, kann die Auflösung und die Anzeige der Karte besonders während des Zooms oder Scrollens sich verlangsamen. Wenn die Karte über die entsprechenden Informationen verfügt, kannst du sie auch in 3D anzeigen lassen. Garmin Basecamp kannst du auch zum Erstellen von Touren nutzen. Der Routenplaner bietet dir verschiedene Aktivitätsprofile an, die dir die Planung erleichtern. So kannst du vom einfachen Wandern, über Radfahren, Pkw, Wohnwagen, Lkw und viele andere Profile zur Planung voreinstellen. Und wenn dir die mitgelieferten Profile nicht ausreichen, kannst du im Handumdrehen eigene Profile mit deinen Präferenzen anlegen. Der Routenplaner verfügt über eine Menge Werkzeuge. Zum Anlegen einer Tour kannst du in einem Dialogfenster einfach den Anfangs- und den Endpunkt per Text eingeben und die Route erstellen lassen. Wenn du es lieber händisch magst, dann kannst du mit dem Mauswerkzeug die Routenpunkte selber festlegen. Nachträgliches Editieren der Route ist ebenfalls möglich. Du kannst Routingpunkte wieder löschen, sie verschieben oder weitere hinzufügen. Die Route kann zum Beispiel auch in mehrere Teile aufgeteilt werden. Mit der Reiseplanung kannst du mehr Tagestouren planen. Lege Start- und Zielfest, die gewünschte Anzahl von Reisetagen und die maximale Zeit, die du pro Tag unterwegs sein willst. Die Auswahl des Profils bestimmt deine Geschwindigkeit. Nach kurzer Berechnung bekommst du das Ergebnis der Planung angezeigt. Mit dem Editor bzw. dem Routenplaner kannst du die Etappen nach deinen Wünschen weiter anpassen. Garmin Adventures bot früher die Möglichkeit, eigene Touren mit Inhalten wie Bildern, Videos und Bemerkungen mit deinen Freunden zu teilen. Dieser Dienst wurde 2018 eingestellt. Die Funktionen gibt es weiterhin in Basecamp und du kannst dir weiterhin eigene Adventures anlegen und diese wiedergeben. Über das Werkzeug Wegpunkte kannst du dir eigene Listen mit Punkten anlegen, die du zur Planung verwenden möchtest. Diese Wegpunkte kannst du mit eigenen Informationen befüllen. Das beginnt beim Namen, beinhaltet Adressangaben, Telefonnummern, eigene Hinweise in Textform, externe Links oder Dateien von deinem PC können verlinkt werden. Zur besseren Ordnung können die Wegpunkte auch mit Kategorien versehen werden. Mit Birdseye kannst du dir hochauflösende Satellitenbilder oder Rasterkarten anzeigen lassen und diese auch auf kompatible Geräte übertragen. Diese Karten sind nur über Abonnement erhältlich. Garmin Basecamp liefert eine konfigurierbare Suchfunktion, die dir bei verschiedenen Anwendungen hilft. Für die Planung kannst du POIs, sogenannte Points of Interest suchen, die in die Karten integriert sind. Du kannst deine Sammlungen durchsuchen, nach Adressen suchen oder mit Hilfe von Koordinaten Punkte auf der Karte suchen. Mit dem Messwerkzeug kannst du einfach und schnell die Entfernung zwischen zwei Punkten ermitteln oder über mehrere Punkte Flächen berechnen lassen. Wenn du Touren über mehrere Etappen gelaufen oder gefahren bist, so kannst du diese in Garmin Basecamp zu einem Track zusammenfügen. Dazu habe ich bereits eine kurze Anleitung für Komoot erstellt, die du oben rechts aufrufen kannst. In den folgenden Videos zu Garmin Basecamp werde ich dir die wichtigsten Funktionen detailliert erläutern und Beispielübungen zum Einsatz zeigen. Umfangreiche Anleitungen zum Outdoor-Navi Komoot und Google Maps habe ich dir auf der rechten Seite verlinkt. Über deine Kommentare und einen Daumen hoch freue ich mich immer. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.